Wir haben also sieben verschiedene Geschmacksrichtungen, unser Rennen ist nach wie vor Ananas, natürlich auch die Himbeerlimonade mit den jüngsten Kindheitserinnerungen, die alle haben, weiter Maracujas, Klassiker, aber auch die anderen vier Sorten, also die laufen recht gut, muss ich sagen. Also für uns ist es, wir sind das fünfte Mal wieder hier und bei uns ist es einfach die Möglichkeit direkt mit dem Kunden Kontakt zu haben, auch zu sehen, wie Kelly nach wie vor in den Köpfen der Kunden, der Endkunden verankert ist, dann natürlich auch Kundenakquisition und ja auch den Kontakt mit unseren Lieferanten zu führen, also einfach ein wichtiges Event im Jahresverlauf und ja wir sind froh, dass wir so einen schönen Stand haben und fühlen uns eigentlich jetzt ja recht wohl.